Also wie geht das? Ähm, losst du schon? Los. Steigt ein Aufnahmeleiter ins Taxi, sagt der Taxifahrer. Na, wo soll's denn hingehen? Sagt der Aufnahmeleiter. Scheißegal, ich werd überall gebraucht. Ja, lustig. Mega lustig. Musik Was machen wir heute? Ganz genau. Ja, wir hocken hier auf diesem wunderschönen Hügel und brettern da mit den Schwalben runter. Da, durch diese Stuhlreihe ungefähr. Ja, ja. Machst du ein Foto? Mhm. Ja, klar. Ein langes Foto ist das. Muss ich ganz stille halten. Ich auch. Boah, ist das langweilig. Hallo. Was musst du jetzt hier machen? Rauchen und Himmel gucken. Aber ich rauche eigentlich nicht. Danke. 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 Danke.